Hast den Platz hier im Freiegehalten? Wichtig. Ja, es ist die Ultima erst mal. Die war Willi. Ja, 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 ja. Für Nefrau, Markus spielt es. Achso, ich habe immer gehört. Ich habe immer noch zu trinken noch ein bisschen. Komm, dann kommen wir auch ein bisschen. Mama! Wie ein Liderlöffel? Das ist wichtig, das ist wichtig. Oben ist der Rüdiger, bringt euch oben Wasser, ja, ist der Schlauch, aber ja, das ist aber kein, was ich immer reinkomme. Aber, klar, okay. Ja, danke. Und er ist auch hier, das ist Ellen. Ja, ich glaube, nein, der hat nicht mitgegangen, der hat nicht mitgegangen. Hallo. Einfach schön hier. Ja, da. Bitte? Ja. Damitancer Pum aussi. Ja, oder ? Ja, oder? Ja, oder? Mit dem P oder ohne P? Entweder nur Pum oder Pum, Pum. kort oder Pum. Pum? Pum. 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 Hey, du bist noch mal zu sein. Ja. Ja, Feschy ab. Ja. Ja, ja. Ich rhab dich. Ich kriege einen. Wunderbar. 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 Also das kommt schon laut. Das ist ja alles toll. Deshalb haben wir ja schon verkürzt. Deshalb haben wir die Kutsche schon weggeschickt. Ja. Und ich hab die Tiere. Kutsche gern und so. Ich hab selber. Ja selber hab ich gesagt. Das macht ja keinen Sinn. Ich war heute hier. Ich war nicht nur zwei parat. Warte. Kannst du mal hochgehen? Dann komm ich nach. Möchte jemand Wasser nicht hochnehmen? Danke. Bitteschön. Boah, du siehst aus wie in Engelsen. So hab ich mich gestern auch gefühlt, als ich einen mit Wasser gesehen hab. Darf ich auch noch eins sagen? Danke. Wunder hab ich denn das Fischerchen? Einfach hier rein. Ja, genau. Möchtest du auch was trinken? Möchtest du auch was trinken? Seit wann trinkst du Wasser? Seit wann trinkst du Wasser? Möchtest du noch irgendwas falsch? Das müssen wir aber ändern. Danke schön. Jetzt ist das ein Stück. Ich geb aber jetzt für oben Neues raus. Das müssen wir mal aufmachen. So, auf, bis wir weiterkommen. Ja, okay. Dann kommen wir hier oben und die Flaschen nach hinten durch. Damit wir weiterkommen. Drei Stunden. Ja, das wird sonst zu teuer. So, ab jetzt noch vier Stunden sind wir durch. Ich bin dann schon mal zu zählen. Ich bestelle schon mal die erste Runde. Haha. Oh, Jun. Du musst jetzt gerade gehen. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, wie viel Spaß mit deinem Scherz. Ja, ja. Hast du schon mal gesehen? Hier im Wundermeister? Ja, ja. Ja, aber ich, äh... Ich befürschte das, ne? Ja, ja.